Köln-Korweiler Den Parkplatzsuchern den letzten Nerv zu rauben Willkommen bei Parki, dem automatischen Parkhaussystem Was möchten Sie hier? Bitte antworten Sie laut und deutlich Einkaufen Dies ist ein Parkhaus Hier gibt es nichts einzukaufen Was möchten Sie hier? Parken Vielen Dank Wen oder was möchten Sie parken? Mein Auto Soll die Dame auf dem Beifahrersitz auch mitgeparkt werden? Ja Ist die Dame Ihre Gattin? Nein Weiß Ihre Gattin, dass Sie sich mit fremden Frauen in Parkhäusern vergnügen? Wo fahren Sie hin? Ich dachte, Sie möchten parken Guten Tag, willkommen bei Parki, dem automatischen Parkhaussystem Was möchten Sie hier? Ich kann Sie leider nicht verstehen Was möchten Sie hier? Ich will hier parken Parken? Vielen Dank Wen oder was möchten Sie parken? Ein Auto Auto Vielen Dank Soll die Dame auf dem Beifahrersitz auch mitgeparkt werden? Ne, die nehme ich mit Ist die Dame Ihre Gattin? Ja Können Sie das beweisen? Vielen Dank Wer war dann die Frau, mit der Sie gestern hier geparkt haben? Sie verweigern die Antwort Ich frage etwas anderes Wie lang ist Ihr Fahrzeug? Weiß ich nicht Wie breit ist Ihr Fahrzeug? Weiß ich auch nicht Kennen Sie wenigstens die Farbe Ihres Fahrzeugs? Ja, selber Na immerhin Wie viel breiter als Ihr Fahrzeug soll die Parklücke sein? Also die ist für mich normal, die Parklücke Sie sind eine Frau Sind Sie sicher, dass diese Breite ausreicht? Ja Vielen Dank Bitte Möchten Sie erster oder zweiter Klasse parken? Erster Klasse Die Parkplätze erster Klasse verfügen über TV, Toilette auf der Etage und eine spezielle Diebstahlsicherung Diese Etage ist für Parker mit Wohnsitz in Polen oder Köln-Chorweiler gesperrt Möchten Sie einen Raucher- oder Nichtraucherparkplatz? Ich möchte einen Nichtraucher Vielen Dank Welche Nummer soll Ihr Parkplatz haben? Bitte nennen Sie eine dreistellige Zahl 123 Oh, dieser Parkplatz ist leider besetzt Bitte wählen Sie erneut 124 Oh, dieser Parkplatz ist leider besetzt Bitte wählen Sie erneut Ich weise Ihnen Parkplatz 632 zu Sind Sie damit einverstanden? Ja Prima Es folgt die Wegbeschreibung zu Parkplatz 632 Bitte passen Sie auf Fahren Sie nach der Schranke geradeaus durch Zweimal links, geradeaus durch Rechts die Rampe hoch Dann sofort links, zweimal rechts Nach 17 Metern links die Rampe hoch Dann 16 Meter geradeaus Rechts am Feuermelder vorbei Und nach 27 Metern haben Sie Ihr Ziel erreicht Haben Sie diese Wegbeschreibung verstanden? Ja Dann wiederholen Sie bitte Bitte wiederholen Sie Geradeaus, zweimal links und dann geradeaus Wunderbar Dann sofort links, zweimal rechts Nach 17 Metern links die Rampe hoch Dann 16 Meter geradeaus Rechts am Feuermelder vorbei Und nach 27 Metern haben Sie Ihr Ziel erreicht Haben Sie das verstanden? Danke Wiederholen Sie bitte Da geht die Schütte hoch Hör mal, kapierst du nicht? Der macht die Schranke nicht auf Fahr zurück, fahr mal da Dann drüben wir mit Länger drauf Ich bin doch die ganze Zeit Hör mal, wirst du bekloppt halten? Ich bin doch die ganze Zeit gemacht Sie sind ein unhöflicher Parker Solche Gäste möchten wir in unserem Parkhaus nicht haben Ich bin mit keinem Parkplatz Ich komme zu spät auf die Gemeinschaft Fahrt ihn zurück, der labert dir wohl die Scheiße Bitte werden Sie nicht ausfallen Mach ich doch Drücken kann ich noch gerade Wie lange möchten Sie den Parkplatz nutzen? Fahren Sie besser zu dem anderen Ding Das können Sie knicken Wir stehen ja noch zwei Stunden Sie möchten den Parkplatz zwei Stunden lang nutzen? Wo soll ich denn hin? Können Sie mir das mal sagen? Bitte macht die Schranke nicht auf Fahren Sie einfach kurz fest und fahren Sie einen anderen Scheiß Das würde ich gerne auch tun Ja, aber wenn man drauf drückt Dann müsste die Schranke hochgehen Aber egal Ich mache doch die ganze Zeit nichts anderes Das Ding hier ist zu, der labert Kacke Ich kann Sie leider nicht verstehen Ja, ach, du siehst ja auch kacke aus Bitte werden Sie nicht beleidigen Ach, Schatzelein Darf ich jetzt bitte parken? Wie lange möchten Sie parken? Bitte geben Sie die exakte Parkzeit in Stunden und Minuten an Eine Stunde, nur Minuten Eine Stunde, nur Minuten Bitte beachten Sie Eine Minute nach Ablauf der geplanten Parkzeit wird Ihr Fahrzeug kostenpflichtig aus dem Parkhaus entfernt Okay Haben Sie das verstanden? Das habe ich nur starten Ich bestätige den Ablauf Ihrer Parkzeit Für Samstag, 20.15 Uhr Mit Beginn der Fernsehsendung Verstehen Sie Spaß mit Frank Elsner Super gut Herzlich Willkommen Bitte freuen Sie sich jetzt Vielen Dank Vielen Dank